Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Ja, so klingt es, wenn der Schösel mit einem Schöselgramm jemandem zum Geburtstag gratuliert. Weitere Infos auf meiner Webseite www.schösel.ch Der Grossvater ist 80 geworden und der Enkelsohn sagt, du Grossvater, Grossvater, ich habe dir zwei Geburtstagsgeschenke, ein schönes und ein wenig weniger schönes. Welches willst du zuerst hören? Der Grossvater sagt, natürlich, schönes. Der Grossvater sagt, ich habe dir zum heutigen 80. Geburtstag, zwei Stripperinnen organisiert. Wow, hat der Grossvater gesagt, das ist ein super Geschenk, danke vielmals und das weniger schöne. Ja, sie sind eben beide in deinem Alter. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Schöne Woche, tschau miteinander. Ciao. 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 Ciao.